Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir bleiben im Kapitel 8 bei der Rektion der Verben. Hier nun eine tabellarische Auflistung der, oder wichtiger, unpersönlicher Verben mit dem Dativ-Objekt. Wir haben Ihnen auch die Strukturen hier vorgegeben. Es gelingt jemandem, das ist der Dativ, etwas zu tun. Oder es glückt jemandem, etwas zu erreichen. Es schmeckt jemandem, etwas zu essen oder zu trinken. Es gefällt jemandem, etwas zu machen. Es genügt jemandem, etwas zu haben. Es widerstrebt jemandem, etwas zu tun. Es liegt jemandem daran, dass, jetzt kommt ein Nebensatz mit das, es kommt jemandem darauf an, dass. Es geht jemandem gut, wenn, es passt jemandem, wenn, es steht jemandem, wenn. Bitte beachten Sie, dass in Nebensätzen das Prädikat dann am Ende des Nebensatzes steht. Wir machen dazu gleich eine Übung mit diesen Verben. Danke.